Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf eines Glühweinkocher achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem ersten Tipp. Hier geht es um das Material eures Glühweinkochers. Natürlich hat auch hier Qualität ihren Preis, aber das heißt nicht unbedingt, dass ihr das teuerste Modell wählen müsst. Die meisten Hersteller verwenden neben Edelstahl gerne Glas oder Kunststoff, weil dieses Material die Wärme besonders gut leitet. Kommen wir doch gleich zu unserer nächsten zweiten Empfehlung. Ein Temperaturregler ist sehr sinnvoll, weil man damit die verschiedensten Heißgetränke punktgenau zubereiten kann. Tipp Nummer 3. Auch die Größe eines Glühweinkochers ist sehr wichtig. Es kommt darauf an, wie viele Leute ihr bewirten wollt. Für den gewerblichen Gebrauch eignet sich Kessel mit einem Fassungsvermögen bis zu 30 Litern. Für den privaten Haushalt reicht ein Kessel, der um die 8 Liter fasst. Kommen wir doch gleich zu unserer nächsten vierten Empfehlung. Für Glühweinkocher gibt es auch praktisches Zubehör. Zum Beispiel Glühweinkocher mit Zapfhahn. Damit lassen sich die Becher direkt befüllen und Klecks werden vermieden. Fast jedes Modell verfügt über so einen Zapfhahn. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Glühweinkocher mit Gas oder elektrisch kosten so ungefähr zwischen 25 und 90 Euro. Kommen wir doch gleich zu unserer nächsten sechsten Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eures Glühweinkochers. Heißes Wasser reicht in der Regel völlig aus. Nur der Alkohol kann eine schädliche Wirkung auf das Material haben. Deshalb sollte man den Glühweinkocher nach jedem Gebrauch reinigen. Mehr Infos zum Thema Glühweinkocher bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns wirklich sehr freuen.